Also, würde es ja irgendwie gewürzt sein oder so. Tillmanns Toasties findest du wie, Blocki? Toasties? Habe ich da eine Meinung zu? Ist das Hackfleisch? Toasties? Das ist doch kein Hackfleisch, oder? Ich weiß also, ich habe mal Toasties damals in der Berufsschule gegessen. Gar keine Ahnung mehr davon. Habe ich dann noch irgendwann mal Toasties gegessen, sag mal? Oh, das ist Shiny! Oh, was? Oh, was? Was? Unter 500? Bam! Nimm das, Flo! Nimm das! Hey, nice! Es ist gar nicht aufgefallen. Es ist ja überhaupt nicht aufgefallen zuerst. Mega nice! Leute! Bloß nicht töten, yes! Oh mein Gott! Wir haben es einfach. Untertitelung des ZDF, 2020